Der Markus macht jetzt mal den Keller wieder. Mal gespannt, mit was er uns dann abmurkst. So. so hey ho let's go gleiche noch mal so schauen wir mal was hast du denn da schönes für uns den fall so der treppe nein nicht ein tripper in den krepp trepp heißt auf deutsch falle ich weiß mussten wir nicht erklären ich kann sehr gut englisch solche das war ja ja ich würde auch ich würde auch alle kurz vor dem tisch ich wusste mal ich die kinder ich wusste mir auf jeden fall mal die anderen killer holen das ist klar so was haben wir denn schönes na gut du hast ja gesagt falsch ja jetzt ist echt sie ist mir aber auch praktisch direkt in die arme gelaufen da bist du denn schon am kämpfen du darfst jetzt nicht nochmal hängen ja leck mich doch in der face bitch ich Okay. Pssst, pssst. Achso, sorry. Okay. 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 So. Okay. Nice try. Jason. Hm. Der Marco spielt mit interessanten Head-Ons. Das muss man in den Tyrus lassen. Aber so schon in der ersten Runde. Ich habe auch mal eine Map, wo man sagen muss, es ist echt schwer, jemanden zu sehen durch diesen Nebel. Ja, gegen. Ich habe es aber geschafft eben. Mit einer habe ich es relativ schnell geschafft. Also es geht schon. Kommt drauf an, wie schnell du die Dings ziehst. Wie schnell du die Überlebenden mitkriegst. Aber ja, ich vermute schon, dass es relativ schwierig ist. Oh, da bist du. Ich habe dich von der anderen Seite erwartet. Kleck mich doch am Sack. Das ist gar nicht mal so dumm. Du hast sie einfach mitten ins hohe Gras gelegt. Das war immer der Einfall. Aber du hast irgendwas für... Du hast irgendwas drin, wenn man die Brüche hat. Berührt, dass man in den Todesstatus geht. Also beziehungsweise in den verletzten Status geht. Hallo, lässt du mich in Ruhe? Ich bin so dumm. 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 ich hänge so rum hilf an mir mal wobei du komm ich da auch dran ist hilfe ja das war's die runde ist durch ja ja danke so eine runde noch ein ründchen machen wir noch und dann sind wir durch vor die schon wieder mal gut ich kann dich erleiden habe ich auch die spiele gibt es nicht mehr steht bei mir ja gut ich weiß ich glaube ich kann ein unbekannter fehler aufgetreten welche überraschung die haus so so okay so noch schnell alles einstellen dann kann es losgehen das wäre schon was du jetzt spielst da bin ich jetzt mal gespannt was er jetzt spielt okay 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 so jetzt die runde okay okay das ist doch gesagt du hättest du es haben können aber danach machen wir feierabend moris mori hori bohri ich werde es aber auch langsam müde ja jetzt sind 20 vor 12 14 11 alles gut also ich muss jetzt noch kopieren gleich und dann schneiden anfangen zu schneiden ich habe noch alles hochzuladen ja wenn ich einmal anfangen zu schneiden dann geht das hey markus dein zu hause die anstalt was haben wir denn hier schönes ist klar welcher killer das ist wurde so angezeigt der doktor mein keller genauso wäre ich wie die anderen keller wird das noch richtig kurz rücken ja ich sag da gleich was es ist was ist denn das naja es ist die hexe glaube ich es ist kleines ich dürfte die hexe sein diese wechsel das hätten der für dinger drin ich schrei auf wenn er hat auf jeden fall diese wechsel sterbe für höchstwörter uns findet das ist doch das ehren das das kommt zu nischt weißte weil diese direkt wieder hängt und ich muss jetzt wieder raus und sie abhängen will doch nur ein paar generatoren machen ja 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 mal ab hier oder wat h2 tatsächlich kurze runden habe gesehen davon wirklich wir brauchen immer nur die zweite dritte version daneben genau in letzter sekunde und gehen hör an zu man Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, hallo, such dir mal was anderes da hinten. Hey, der war mit dir. Gehört dir. Entschuldigung, das war wirklich keine Absicht. Ich wollte dich ja nicht abschmieren. Ich wollte dich ja nicht abschmieren. Ich wollte dich ja nicht abschmieren. Das war ein Zufall. Ja, das war's. Feierabend. Das war's für heute. 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 Bis morgen. Das war's für heute. Das war's für heute.